Im Sonnenschein liegt eine kleine Kirche, umgeben von einem Friedhof. Hubert und Staller schlendern darüber. So ein Friedhofsschmarr ist ein kompletter Schmarrn. Die, die drin liegen, die können nicht raus und von draußen will er sowieso keiner rennen. Suchend schaut Staller auf die unterschiedlichen, teils verwitterten Grabsteine. Für mich ist das halt die Trennwand vom Diesseits zum Jenseits. Die Leute auf dem Friedhof umeinander hatschen. Sag mal, wo sind das, sind das Grab? Ich glaube, das habe ich so dick. Am Telefon irgendwas erzählen, von einem Kreuz, was runtergeschlagen ist. Und dann keinen Namen, sagt er, keine Telefonnummer, gar nichts. So sind es die anderen wie mit einem Anrufer. Sie kommen an Familiengräbern vorbei. Hubert zeigt nach vorn. Da, da vorn, das kann es sein. Sie erreichen das Grab von Hanna Mithuber. Name und Lebensdaten stehen auf einem Steinsockel. Auf der Oberseite ist ein Loch. Hanna Mithuber. Die Sockelrückseite hat einen Riss. Da muss aber einer einen richtigen Zorn auf die Kante machen. Glatt runtergeschlagen. Schauen wir mal in der Kirche, vielleicht ist wer da. Sie betreten das Kirchenschiff. Servus, Scott. Eine schwarz gekleidete Frau kommt von hinten. Wie kann ich Ihnen helfen? Gibt es ja mit Sicherheit am Fahrer. Wo ist denn der? Von der Orgel Empore. Der Stefan Bichler ist das. Der Herr Bichler zieht sich gerade um. Wir haben gerade eine Beerdigung gehabt. Aha. Wo zieht er sich um? Sie verzieht den Mund. Da hinten in der Sakristei. Danke. Die Polizisten gehen Richtung Altar. Aber klopf es bitte an. Jawohl. Staller steckt sich eine Hostie in den Mund. Ich würde mich ja meine Kinder. Und greift zum Messwein. Geh an sie. Zum Runtersprung. Was haben Pfarrer vielleicht auch noch was ich mir? Der Organist verlässt die Empore. Widerwillig stellt Staller den Kelch zurück und folgt Huber zu einer Holztür. Sie treten ein. Reglos liegt der Pfarrer am Boden. Um seinen Mund klebt Schaum. Wie ist es bei dir? Ja, Sie können ja auch nicht mehr helfen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat. Raimund Girwitz. Korpulent, grau meliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht. Klein und blond. Die letzte Ruhe. In der Sakristei hockt Anja im weißen Overall neben dem Toten. Sie wischt ihm mit einem Tuch den Schaum vom Mund und steckt es in eine Tüte. Die Schwarzgekleidete und der Organist stehen in der Tür. Oh, 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 schau mal wie der Schaumt. Das ist ja wie bei so einem Besessenen. Bevor ihr die Schuld beim Teufel sucht, mit ziemlicher Sicherheit wurde der Mann verkiftet. Darauf deuten die Hautfarbe und eben der Schaum vom Mund. Ja, dann können wir den Exorzisten da bestellen. Ja. Wer macht denn sowas? Stefan war doch so ein guter Mensch. Ja, das war der Jesus auch und das indikiert man ja. Also so ein Vergleich ist ja wohl alles andere als angebracht. Komm, Gisela, wirklich, Wolfgang. Ein bisschen Dieter, bitte. Okay, das meint er doch gar nicht so. Er hat als falsche Beispiel hergenommen. Ähm, zu Gisela. Wissen Sie, was er in den letzten Stunden gegessen oder getrunken hat? Er hat vor der Heiligen Messe nie gegessen, damit er sich nicht so schwer und müde fühlt. Das Einzige, was er zu sich genommen hat, waren die Hostien und der Wein. Was für Hostien? Ja, die hat der Hans ja auch schon probiert. Äh, stehen die Sachen noch irgendwo in der Kirche? Das sind noch ein paar nicht konsequierte Hostien. Ich hab ein bisschen Weines auch noch da. Anja geht zum Altar. Der Vater, der hat ganz normal seine Beerdigung abgehalten und dann hat er die konsequierten Dinger da. Das sind keine Dinger, das sind Hostien. Der letzte Hand, der letzte Sammahl, das hast du dann irgendwie. So viel zum Umziehen gegangen ist, ging's ihm noch blenden zu mir. Ich verstehe das nicht. Der Organist, ich arbeite bei einem Bestattungsunternehmen, ich könnte die Leiche dann gleich abtransportieren. Was soll denn das heißen? Den Stefan Bichler. Der Organist und ein Grauhairiger tragen einen Zinksarg aus der Kirche. Die Lehrschaft, geht das nicht alles so ein bisschen zügiger? Was machst du denn so ein Zirkus, Hansi? Ja, die Anja, die sollen wir jetzt mal gescheit durchchecken. Da wäre ich vorsichtig. Wenn die Anja erst einmal wen in der Pathologie hat. Dann kümmert sie sich liebevoll um jeden Patienten, wenn sie ihn mag, was nur in Ausnahme nicht vorkommt. So, jetzt schickt's euch. Ihr möchtet nicht unnötig Zeit verlieren. Er sportet vor zum Streifenwagen. Hubert folgt ihm mit Anjas Koffern zu ihrem Wagen. Der holt sich jetzt scheiß auf die Koffer. In der Pathologie trinkt Stahler Wasser aus einem Gefäß. Vielleicht nicht zu viel trinken, Hansi. Mir ist wirklich ganz komisch. Ja, der kann niemals nichts dafür. Anja, was ist denn jetzt? Es waren nicht die Horstchen, es war der Wein. Gott sei Dank. Du kannst aber echt bei mir bedanken. Der wollte den ganzen Wein zusaufen. Okay, bloß einen Schluck. Gott, dass du's nicht gemacht hast. Der ist voller Kaliumzyanid, besser bekannt als Zyankali. Giftmalt, also das passt ja dann eher nicht. Jetzt sagt nicht, es passt eher zu einer Frau. Das wollte ich gar nicht sagen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt auch bekannte Giftmorde, die von Männern verübt wurden. Ist doch vollkommen wurscht, ob Mann oder Frau. Hauptsache, wir finden die Täterin. Wie lange dauert denn das tatsächlich, bis das Gift richtig wirkt? Wenn man Glück hat, ist man nach drei Sekunden tot. Es kann aber auch bis zu einer halben Stunde dauern. Zyankali ist Blausäure, die sich ans Hämoglobin bindet und die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abschneidet. Reicht mal, aber haben Sie gar kein Gift? Bei dir nicht. Gut, und der hat den ganzen Kelch zusammengesoffen? Hat er nicht. Es reichen 0,25 Gramm, um jemanden ins Jenseits zu befördern. Wahrscheinlich war es nur ein Schluck. Nur ein Schluck, Hansi. Jetzt hör doch mal auf. Wer präpariert denn eigentlich den Wein für die heilige Messe? Der Messner. Ja, oder die Messnerin. Oh, siehst du's? Sehen wir lieber bei der Frau. In Dietramszell fährt der Streifenwagen hinter der Klosterkirche vorbei und hält vor einer sanierten Villa mit Schaukasten davor. Gisela öffnet die Haustür. Grüß Gott. Grüß Gott. Dürfen wir vielleicht kurz rein? Ja. Das ist Ihre Wohnung. Er zeigt hoch. Das ist meine Wohnung. Nach meiner Scheidung hat Stefan mir angeboten, bei ihm unterzukommen. Er fand das Haus zu groß für sich allein. Da wohnt man ganz umsonst. Natürlich nicht. Mein Pfarrer zahlt genauso Miete, so wie ich auch. Ich hab immer gedacht, so ein Pfarrer, der darf gar nicht mit einer Frau unter Ihnen dachten. Oder sind das bloß die Priester? Ein katholischer Pfarrer ist ein Priester. Und natürlich leben Sie im Zölibat. Herr Hansi, der darf nicht so einfach mit der Frau. Im Wohnzimmer. Da waren Sie also einfach bloß gute Nachbarn. Selbstverständlich. Bitteschön. Sie zeigt auf zwei Sesseln. Haben Sie ihm eigentlich den Wein hingestellt? Ich bin die Messnerin schon seit 15 Jahren. Wie geht das genau vonstatten da mit dem Wein? Also ich fülle den Wein aus der Flasche in einen Krug. Dann einen Teil davon in den Kelch und stelle ihn auf den Altar. Ach, das klingt absolut logisch. Haben Sie die Flaschen noch? Tut mir leid, das war der letzte Rest. Ich hab's weggeworfen. Au, das ist jetzt blöd. Und wie ist denn das bei diesem Abendmahl? Da trinken ja alle möglichen Leute aus dem Kelch. Heilige Messe. Welcher Religion hören Sie beide eigentlich an? Ich bin Atheist, Gott sei Dank. Ja, das hab ich mir gedacht. Na, ich bin schon katholisch. Also von der katholischen Kirche haben Sie aber offensichtlich keine Ahnung. Sonst wüssten Sie, dass bei der Heiligen Messe fast immer nur der Pfarrer aus dem Weinkelch trinkt. Ja, doch, das wissen wir schon. Es hätt alles schon eine Zeit lang her. Ja, ein guter Katholik zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er regelmäßig die Kirchensteuer zahlt. Sondern dadurch, dass er die Kreuze vom Grab runterschlägt, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das Kreuz von der Frau Mithuber, von der Hanna Mithuber, das war runtergeschlagen. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Aber ehrlich gesagt tut's mir nicht leid. Das ist aber jetzt eher unchristlich. Was haben Sie denn gegen die Frau Mithuber? Gegen Sie nichts. Aber gegen Ihren Mann, den Gerd. Der ist bei uns hier im Fahren für die Vergabe der Grabstätten zuständig. Immer hat er gepredigt, dass sich die Angehörigen an die Friedhofsverordnung halten müssen. Und jeden Millimeter bei den Grabsteinen hat er gefeilscht. Ja, und am Grab seiner Frau bringt er selbst ein viel zu großes Kreuz an. Hat sich der Stefan zu Recht aufgeregt? Hubert und Staller werfen sich einen Blick zu. Der Streifenwagen steht vor dem Revier. Im Dienstzimmer sitzt Staller an seinem Schreibtisch und liest in einem dicken Buch. Hubert stellt sich neben ihn. Und dass ich wehre wie in den früheren Monaten. Wie in der Tür 1, oder? Ja, die Bibel. So wärst du jetzt zum Modellkatholiken? Ich muss mich doch irgendwie einlesen in die Materie, dass ich mich überhaupt einfüllen kann in das klerikale Milieu. Hubert geht. Gierwitz kommt, geht zu Staller und dreht die Vorderseite des Buches zu sich. Die Bibel? Staller, wenn Sie Darien nach Mordmotiven suchen, kommen Sie aus dem Ermitteln nicht mehr raus. Was glauben Sie, warum ich mich da durchwille durch die 2000 Seiten? Wir haben keine Zeit für sowas. Mein Telefon steht nicht mehr still. Ein vergifteter Pfarrer. Die Leute können sich nicht vorstellen, dass so ein Frommelmann Feinde hatte. Und ich auch nicht. Ich meine, die leben doch asketisch, sexuell enthaltsam und aufoppernd. Jetzt waren Sie aber eher bei Grimms Märchen. Also ganz so viel Tippvoll ist da nicht so gegangen bei dem Pfarrer. Da gab es nämlich einen Krieg um ein Kreuz. Was? Ja, dem asketischen Pfarrer war das Kreuz zu groß. Wie zu groß? Ich dachte, in der Kirche können die Kreuze nie groß genug sein. Ja, aber nicht auf dem Friedhof. Da gibt es nämlich Normen, die eingehalten werden müssen. Ich weiß nicht, wo der Gerd Mithuber sitzt. In der Außenstelle des Pfarramts, im Rathaus. Mithuber, wer ist das? Das ist die andere Hälfte vom Glaubenskrieg. Also die, die noch lebt, haben Sie? Der schließt die Bibel. Die Polizisten eilen hinaus. An einem hellen Gebäude steht Rathaus neben dem Wappen von Dietrams Zell. Einen goldenen Stern in einem weißen Zelt. Der Streifenwagen hält. Friedhofsverwaltung von der katholischen Kirche, Hansi. Das heißt, man wird sogar noch verwaltet, wenn man am Friedhof liegt. Ja, man muss erst geregelt sein. Und es werden ja da die Verstorbenen kreuz und quer durcheinander beerdigt. Und sagt so was, wenn ich tot bin, ist mir das vollkommen wurscht. In einem Büro. Das Kreuz von meiner Hanna ist weg. Ach so. Das haben Sie gar nicht gewusst? Nein, ich war seit ein paar Tagen nicht mehr am Grab. Ja, aber Sie haben gewusst, dass das viel zu groß war. Das hätten Sie eigentlich gar nicht aufstellen dürfen. Ja. Das war halt der letzte Wunsch von meiner Frau. Ach so. Ja dumm. Ich glaube, es hat mit Sicherheit Zwistigkeiten mit dem Pfarrer. Wir haben jahrelang eng zusammengearbeitet, der Stefan und ich. Da hätte er ruhig mal ein Auge zudrücken können. Ja, jetzt fahr da beide zu. Weil Sie natürlich eine Mordswut gehabt haben auf dem Bichler. Ich habe mit dem Tod von Stefan nichts zu tun. Auch wenn ich ihm manchmal die Pest an den Hals gewünscht habe. Ja, mit Gift, da geht es natürlich schneller an. Waren Sie eigentlich auf der Beerdigung? Nein. Seit dem blöden Streit ums Kreuz bin ich nicht mehr in den Kirch gegangen. Und das kann auch sicher werden, Bezwege? Gerd Mithuber starrt ihn an. Ich war bei meiner Schwester. Wer heißen die? Die Brunner Traudl. Die Brunner Traudl. Mithuber nickt. Stoller zeigt zur Wand neben ihm. Schaut, der Klageplan vom Friedhof. Ja. Ganz schön dicht besiedelt. Alle haben ein schlechtes Gewissen, die Gräber von ihren Angehörigen einen Mann zu kündigen. Ich sage es Ihnen, langsam wird es richtig eng auf dem Friedhof. Er nimmt einen Ordner. Keiner denkt ja gern an den Tod. Aber wer schlau ist, der sichert sich noch zu Lebzeiten eine schöne Grabstätte. Ich meine, Sie müssen sich das einmal vorstellen. Derzeit habe ich gerade noch drei Plätze frei. Zwei. Weil ein Geräte der Wichler. Ja. Jetzt denken Sie einmal darüber nach und schlafen Sie eine Nacht drüber. Er hat Staller Formulare, einen Prospekt und einen Friedhofsplan in die Hand gedrückt. Im Streifenwagen. Ja, da hat er schon recht, der Mithuber. Der möchte später nicht irgendwo begraben sein. Ja, zum Beispiel direkt neben der Autobahn oder unter der Einflugschneise. Also wenn ich tot bin, bin ich tot. Da ist mir vollkommen wurschtwillig. Abzeichnet bei der Anja auf dem Tisch. Und die wird bestimmt sehr pfleglich mit dir umgehen. Da habe ich mir meine Zweifel. Ins Funkgerät. Sonja. Ja, ihr beiden, was gibt's? Ja, kannst du für uns rausfinden, ob der Gerd Mithuber gestern Vormittag bei seiner Schwester war. Brunner Traudl heißt die. Edeltraud. Weintraud. Ja, Traudl. Brunner. Alles klar, ich prüfe statt. Danke. An einem Flachbau ein blaues Schild. Bestattungsinstitut Fischer. Im Schaufenster darunter stehen Kerzen. Dahinter ein offener, mit weißem Stoff ausgeschlagener Sarg. Der Streifenwagen parkt vor dem Gebäude. Die Polizisten steigen aus. So, den ganzen Tag zwischen lauter Särgen. Dann lieber einen Job an der Fliedhofsverwalter. Hast du das auch schon mal geträumt? Was? Ja, dass du lebendig im Sarg liegst und nicht mehr rauskommst. Nein, bis jetzt nicht, aber vielen Dank für den Vorschlag. Ja, also weil der Sarg nicht mehr aufgeht. Hansi, bitte, ich kann sowas nicht hören. Ich hab doch bloß gesagt, dass ich das geträumt habe. Ich will's nicht hören. Er geht zum Eingang. Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Lebenden. Wie stellst du dich jetzt so an? Für mich ist das auch nicht leicht. Hinter einem Dresen erhebt sich ein Weißhaariger in schwarzem Anzug. Das war's. Das war's. Sie kommen sicher wegen des Todes von dem Paar Bichler. Ja, genau. Eine ganz traurige Angelegenheit. Thomas Bauer arbeitet hier. Ja, einer meiner Bestatter. Können wir den vielleicht einmal sprechen? Natürlich. Unten. Staller folgt Hubert eine Treppe herunter. Sie kommen in einen hellen Kellerraum mit vielen Särgen. Der Organist stützt sich auf einen schwarzen Sarg und poliert ihn. Na, der Herr Organist. Haben Sie zweite Standbein und das Bestatter? Ja. Hat sich so ergeben. Bauer hat rotblande Haare. Tot und ritual. Einen Vollbart und trägt ein weißes Hemd. Bei der Beerdigung. Haben Sie da vielleicht beobachtet, ob sich ein unbefugter Demesswein genähert hat? Nein. Aber ich war auch beschäftigt. Ich habe erst mit meinem Kollegen die Leiche aufgebaut und dann mich aufs Augenspiel vorbereitet. Es könnte schon sein, dass wer was in den Nein reingeschüttet hat, also ohne das auffällt. Ich fürchte ja. Theoretisch jeder. Da kann man sicher einen Haufen Geld ausgeben dafür, so ein Sarg, oder? Ja, also ich sag ja immer, a coffin is more than a coffin. A coffin is a message. Was? Ein Sarg ist mehr als ein Sarg. Ein Sarg ist eine Message. Eine Botschaft. Und was hat jetzt der da für eine Botschaft? Er zeigt auf einen schlichten, hellbraunen Sarg. Schwieriges Verhältnis zu den Verwandten? Ein eher unbehebter Mensch. Ja, oder? Die Familie hat nur Geld gehabt für Sperrholz, nicht? Ja. Na und, der Schwarze? Klavierlang. Ein schlechtes Gewissen. Man versucht, etwas wieder gut zu machen. Oder der Engel. Bauer geht zu einem glänzenden, weißen Sarg mit Kruzifix auf den Deckel. Die große Liebe. Der Mensch des Herzens. Ja, der Sarg für Verliebte. Ja, vielen Dank für das kleine Sarg. Einmal eins. Andere Frage. Den Streit zwischen einem Mithuber und einem Bichler über das Grabkreuz. Den haben Sie ja mitgekriegt, oder? Nein. Aber jetzt wird mir einiges klar. Ich wusste. Der Stefan hat mich einen Tag vor seinem Tod gebeten, das Kreuz von Mithuber gehabt unterzunehmen. Und darum zu sehen, wofür es sagt ich gerade. Ich dachte mir, das wird schon seine Ordnung, wenn der Pfarrer das sagt. Willst du Pfarrer sagt? Im Vorraum des Reviers sitzt Riedl neben Sonja und Lies Zeitung. Auf der Titelseite eine Schlagzeile. Vogelgrippe in Wolfratshausen. Hubert und Staller kommen. Sonja, servus. Du, die Schwester von dem Mithuber, diese Brunertraudl. Hast du dich schon erreicht? Schwierig. Wieso? Ja, das soll es sein. Edeltraud, Waltraud, Gertraud. Musst du alle durchprobieren. Au. Riedl, wie schaust denn du aus? Dessen Gesicht ist blass und glänzt. Eine Bekannte von meiner Nachbarin liegt mit Verdacht auf Vogelgrippe im Krankenhaus. Steht sogar schon in der Zeitung. Ich dachte, es wäre längst vorbei. Das versäuchte Flatterzeug da überall. Die ganzen Omas, die die Tauben füttern. Das sieht sehr schlecht aus. Gut, so freut sich der Mithuber. Wird ja wieder ein paar Gräber los. Ja, und der Bestattungsunternehmer Fischer, dass er wieder was zum Bestatten hat. Na ganz im Ernst, habt ihr euch schon mal überlegt, wo ihr begraben werden wollt? Sonja und Riedl starren ihn an. Also ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als mir gedacht, nur meine eigene Beerdigung zu machen. Aha. Und der Riedl? Ja. Im fortgeschrittenen Stadium von der Vogelgrippe? Nein, ich glaube, die mit Vogelgrippe werden verbrannt. Aha, stimmt. Sonst wäre der ganze Friedhof kontaminiert. Im Dienstzimmer dreht Staller den Friedhofsplan. Also, wenn ich jetzt Süden bin, bin ich Norden. Ja, du meinst, dann scheint die Sonne mittags direkt auf meinen Grab. Ach, der will doch noch ablenken, der Mithuber mit seiner Grabstättenvermietung. Der hat ein Motiv und die Schwester ist nirgendwo auffindbar. Ähm, haben Sie schon mal seine Erfahrung gebracht? Der Pfarrer war noch angesehen, eine Persönlichkeit in der Gegend. Da wollen die Leute antworten. Gierwitz zeigt auf den Plan. Was ist das? Das ist so ein Lageplan für Tote. Ja. Ich kümmere mich halt schon zu Gebzeiten, um einen gescheiten Grabplatz. Da möchte ich da schließlich nicht irgendwo verbuddelt werden. Nein, mir ist das völlig egal. Nein, so ein Grab ist schon mal irgendwie in einem Visitenkarte. Nicht? Nein, nein. Wir wissen, die Nachkommen gleich wären wir dran. Schlechtes Grab, und wir werden das Leben. In Mithubers Büro. Stefan Bichler hat dafür gesorgt, dass das Kreuz verschwindet. Und das hat sie so aufgeregt, dass sie ihn umbracht haben. Mit Gift? Ich kann nicht, hätte der nächste Pfarrer mit sich reden lassen. Aber ich wusste doch gar nicht, dass das Kreuz überhaupt verschwunden ist. Und dass da der Stefan mit drin hängt, habe ich bis eben auch nicht gewusst. Sie haben gesagt, Sie waren bei Ihrer Schwester. Aber die können wir nicht erreichen. Ja, weil die auch schon unter der Erde ist. Ja. Wo haben Sie denn das Gift hergehabt? Das haben Sie nicht einfach da im Büro amal an der steht. Also jetzt werden wir ein bisschen geschmacklos, gell? Halt das mal im Mund. Was? Gut, danke. Das ist ja bei der Schwester. Ja, sag ich doch. Herr Kurzem, da muss ich jetzt ja alle bitten. Ist schon ein Gutz, ja. Tut das jetzt. Mithuber lächelt professionell. Wir machen doch alle nur unsere Arbeit. Und steht auf. Aber wenn Sie eine persönliche Begehung auf dem Friedhof wünschen, Anruf genügt. Er gibt Staller die Hand. Huber zieht seine weg. Im Revier betreten die Ermittler den Vorraum. Gut, Hansi, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wer der auch noch nicht mehr Angerufer war. Riedl schwankt. Riedl? Du hast natürlich einen roten Schell auf. Ihn hat es angestellt. Ja. Wieder da ist es weh. Und ich habe Fieber. Und er glaubt, er hat sich mit Vogelgrippe angesteckt. Ja, so. Schade aus. Bei so einer Akademie, da hält man sich doch fern von infizierten Personen. Da langt er oft schon ein einziges Niesen. Riedl, ganz schlimmer, oder? Jetzt gibst Bescheid. Der Hansi kennt den Spezialisten. Ein Arzt. Ja, ein Bestatter. Danke. Er geht. Jetzt spüren wir mal den Anrufer vor. Ja. Montag, 10.25 Uhr. Auf dem katholischen Friedhof in Berlin ist ein Grabkreuz gestohlen worden. Der klingt aber auch nicht mal ganz gesund. Nein, es ist absichtlich verzerrt. Auch ein Tontechniker. Er sieht Sonja an. Die reicht ihm die kleine Kassette aus dem Anrufbeantworter. In seiner Werkstatt sitzt Yazid mit den Polizisten in der Sitzecke. Nach dem katholischen Friedhof in Berlin ist ein Grabkreuz gestohlen worden. Ein Grabkreuz? Wir glauben sowas. Das ist jetzt vollkommen wurscht. Es geht um die Hintergrundgeräusche. Kann man die verstärken? Ja, irgendwie lauter machen, dass man es gescheit hören kann. Ja, da müsste ich halt die Signale von jeder Spur einzeln bearbeiten. Das ist voll eine gescheite Frickelei. Und den ganzen Aufwand nur wegen einem Grabkreuz? Nein, wegen einem toten Pfarrer. Ah, da wischtest du jetzt schon das Boden, du hast einmal? Nein, sie sind auch nicht unsterblich. Weißt du eigentlich schon, wo du mir liegen willst? Im Bett? Weil ich nämlich müde bin. Nein, final. Der Hanse will wissen, wo du beerdigt werden willst. Ach so. Ich würde, glaube ich, gerne im Meer verstreut werden. Er zündet sich eine Zigarette an. Dann möchte ich wo rauskommen, wo es keine Polizei gibt. Die Polizisten nicken betreten. Im Dienstzimmer hebt Staller suchend Unterlagen hoch. Gegenüber sitzt Hubert, neben ihm auf dem Tisch Sonja, die sich Notizen macht. Sag mal, hast du meine Friedhofsunterladen? Na, ganz bestimmt nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen. Und vielleicht der Riedelt? Der ist doch krankgeschrieben. Stimmt, der hat Vogelgrippe. Nicht, also der hat euch auch wegschnappt. Sag mal, wo findet euch die Beerdigung von diesem Pfarrer Bichler statt? Ja, auf dem Friedhof in seiner Gemeinde natürlich. Er sucht im Papierkorb. Sagen Sie, haben Sie vielleicht meine Friedhofsunterlagen gesehen? Ich? Erwartungsvoll sehen Sonja und Hubert zum Chef. Nein, nein. Er geht. Das gibt's doch nicht. Hubert stützt die Ellenbogen auf und reibt sich die Augen. In der Bäckerei Radlänger stehen die Polizisten mit Sabrina an einem Tisch. Ich mache doch das Catering für die Beerdigung und habe eine Frau Köhler angerufen. Ich sage euch, die ist voll ganz schön wehlerisch. Dafür, dass die bloß die Messnerin ist, da lässt die es aber ganz schön krachen. Vielleicht hat er ja keine Verwandten. Ja, stimmt. Der hat sich ja gar nicht vorpflanzen dürfen. Ja, das könnte eine recht überschaubare Beerdigung werden. Sag mal, Satina, hast du eigentlich schon mal über den Graubplatz nachgedacht? Ich? Ich habe eigentlich schon noch vor eine Weile zu leben. Ja, das ist ja der Fehler, weil das jeder denkt. Also, und am Ende ist überhaupt kein Platz mehr da. Verstehst du? Ich überlege mir nämlich, ob ich mir jetzt rechtzeitig ein gescheites Grabreservier. Hansi, mach doch einen Vorschlag, wir müssen eh zur Anja. Da kannst du schon mal Probe legen. Auf dem Obduktionstisch. Ciao. Aber wenn ich eh dabei bin, dann könnte ich mich doch für dich ja gleich mal miterkunden. Hansi. Also erst einmal vollkommen unverbindlich. Sabrina lächelt schief. In der Pathologie. Anja trägt ihren weißen Kittel. Die Obduktion ist abgeschlossen. Ihr könnt die Leiche jetzt zur Beerdigung freigeben. Tja, da geht er hin, der freie Friedhofsplatz, Hansi. Ich habe am Weinkilch übrigens Fingerabdrücke gefunden. Ja, da haben wir noch bald den Täter. Räum weiter. Es waren nämlich hunderte von verschiedenen Abdrücken. Ach so. Hat so ein Pfarrer nicht einmal ihren eigenen Kelch aus dem er trinkt. Wie kommt man überhaupt denn zu einem Kali? Tja, das ist gar nicht so leicht. Medizinstudenten an der Uni oder medizinische Labore haben sowas. Braucht man das eventuell für die heilige Messe? Hä? Ja, so wie Weihrauch, Mürre, Güttermandel, Krüststollen. Steht sowas in der Kirche am Einen. Man merkt, dass du bei unserer Hochzeit zum ersten und letzten Mal eine Kirche von innen gesehen hast. Ja, ich wollte sowieso noch zum Standesamt. Und ich wollte in Weiß. Das ist dir gelungen, schau dich an. Staller nimmt eine Hostie. Finger weg von meinen Untersuchungsmaterialien. Wieso? Ich war doch dabei. Und isst sie genüsslich. In der Friedhofskirche. Mästerin Gisela Köhler neben einem Pfarrer. Pfarrer Herrmann ist extra aus der Nachbargemeinde angereist. Er wird die Beerdigung halten. Ah, das passt wunderbar, weil wir ihm die Leiche jetzt freigeben. Gut, dann können wir jetzt endlich den letzten Gang gehen. Der letzte Gang, ja, der findet jetzt eher in der Horizontalen statt. Ja, also, das wird ganz sicherlich eine große Sache da. Sie glauben gar nicht, wie viele den Stefan konnten. Alle wollen es von ihm Abschied nehmen. Und Sie organisieren das alles? Der Stefan hatte keine Verwandten, deshalb kümmere ich mich darum. Was haben Sie denn da für ein Sargeis gesucht? Einen sehr eleganten, hellen. Den Weißlackirben? Ja, warum? Staller grinst breit. Die Polizisten verlassen die Kirche. Danke, ja, Variante 3 hat sie gewählt. Was soll das heißen? Ja, der Weiße sagt, er ist normal für die große Liebe. Wenn er ja dann noch was vererbt hat. Mhm. Geld oder Liebe, Hubsi. Das ist doch meistens das Hauptmotiv. Hubert glotzt ihn an. Im Vorraum des Reviers. Ja, vielen Dank. Wiederhören. So, das Nachlassgericht. Gisela Köhler ist Alleinerbern. Das ist doch ein super Motiv. Ja, wobei, da weiß ich das sagen. Okay, Hans, ich fange mal wieder mit deiner Sargtheorie an. Moment, Telefon. Polizeirevier Wolfratzhausen. Ach, Redel. Und hier ist es im Krankenlager. Gut. Die Kollegen gehen. Ja, ich meine, ja, nicht gut, hast recht. Ja? Kann ich dir raussuchen. Okay, gute Besserung, ja? Vogel, Grippe, Symptome. Köhler sitzt auf einer Eckbank vor Unterlagen. Ihr Verhältnis zum Herrn Pfarrer. Wie wird uns das beschreiben? Das ist ausgesprochen gut. Er war ein sehr warmherziger Mensch. Staller hantiert an einem Bauernschrank. Waren Sie auch warmherzig? Also, im Gegenüber? Wie? Das hat sich da hinter dem Schrank versteckt. Ein Schmiedeeisernes Grabkreuz. Das ist doch das Kreuz, oder? Der Tod ist nicht das Ende, sondern ein neuer Beginn. Hoppala, da war ich sehr optimistisch, der Herr Mithobert. Das Kreuz ist gehört aber doch nicht hinter den Schrank, sondern auf dem Friedhof. Das wird auf keinen Fall wieder aufgestellt. Der Herr Mithobert muss es kurzen lassen. Dann darf es erst zurück aufs Grab. Ja, das aber sehr genau genommen, der Herr Pfarrer. Ja, mit dem Zölibat dann eher weniger. Also, dann glauben Sie sich. Weil Sie jetzt allein Erbin sind, haben Sie ihm den weißen Saal für Verliebte aussucht. Was verbindet? Eine rein geistige Liebe. Die Liebe zu Gott. Und wenn Sie es genau wissen wollen. Das Erbe habe ich ausgeschlagen. Ich habe vorher mit dem Nachlassgericht telefoniert. und veranlasst, das Erbe der katholischen Kirche zu spenden. Ja, dann haben Sie ja sicher nichts dagegen, wenn wir das überprüfen. Natürlich nicht. Die Beamten gehen zur Tür. Frau Köhler, auf Ihrem Friedhof, da sind doch noch zwei Gräber frei. Ja, die liegen beide direkt nebeneinander. Ja, und was ist, wenn ich die alle beide reserviere? Bist du wahnsinnig? Ich lasse mich verbrennen. Ja, für mich und für gute Bekannte. Sagen Sie, gehen Sie noch in die Kirche oder unterstützen die katholische Kirche in irgendeiner Weise? Ja, seit der Kommunion, da ist das zeitlich halt bei mir alles ein bisschen eng. Finden Sie das nicht ziemlich egoistisch? Ein Leben ohne Kirche, aber am Ende alle Gräber auf dem Friedhof reservieren wollen? Genau, hören Sie. Ich bin der katholischen Kirche sehr verbunden. Das ist von meiner Seite her ein einziges Geben jeden Monat. Kopfschüttelnd senkt Köhler den Blick. Der ist ein Blick. Ihr schwarzes Haar ist straff zu einem Dutt gebunden. Im Streifenwagen. Ich bin der Kirche sehr verbunden. Was ist denn das für ein Schmarrn? Entschuldige, als Kind, da war ich permanent im Gottesdienst. Ja, weil sie dich gezwungen haben. Außerdem höre ich mir im Radio immer diese Chorele an. Ach so, das sind diese dicken Mönche, ja? Die ist irre, die ist illa. Was soll denn jetzt das? Ja, entschuldige, da wäre depressiv. Ich mache alles schlecht reden. In seiner Werkstatt So, jetzt passt es mal auf. stellt Yazid einen Laptop hin. Montag um 10.1920. Auf dem katholischen Friedhof-Liebergänge sind die Abkreuz gestohlen worden. Ja. Hey, das war feier Schweinearbeit, gell? Nur, dass ihr es wisst, wenn ihr es an die Rechnung setzt. Ich spiele es nochmal. Montag um 10.1920. Auf dem katholischen Friedhof-Liebergänge sind die Abkreuz gestohlen worden. Ja. Und? Was heißt da und? Das bringt jetzt ja gar nicht weiter. Nein. Überhaupt nicht. Ja, was habt ihr denn erwartet, dass irgendjemand da sein Geständnis runterbetet, oder was? Nein, ein bisschen Tontechniker hätte man erwartet. Ich habe nur einen Termin. Wegen dem toden Pfarrer, oder wie? Nein, wegen dem toden Hansi. Der muss sich um seinen Grabplatz kümmern. Irritiert steckt Staller die Kassette ein. Auf dem Friedhof deutet Mithuber auf einen Kiesplatz. Also, die wäre jetzt noch frei. Die ist jetzt leider auch schon reserviert. Ja, aber dann habe ich jetzt da gar keine Auswahl mehr. Ja, da sehen Sie, wie schnell sowas geht. Ja, Mithuber, das ist jetzt aber für mich da eine komplett neue Situation. Also, wenn Sie denn bitte nichts ausmacht, aber die Beerdigung von Bichler fängt gleich an und da möchte ich vorher wechseln. Ja, das ist aber trotzdem blöd, wenn jetzt was da eins frei ist. Ja, jetzt gar nicht wegen mir, aber ich habe da eine gute Bekannte. Franzi! Sabrina mit Tablett. Seid ihr auch da? Und wo ist der Hubsi? Ja, der sperrt sich ein bisschen bei der Thematik. Jetzt sagen wir mal, rein theoretisch. Also, von der Lage her, wie findest du das jetzt? Ja, doch, das ist eine gute Lage. Ja, da kann man ein Doppelgrad draus machen. Das wird sehr gern genommen bei Paaren. Schön, ich habe es eilig. Ich muss mich ums Buffet kümmern. Ah, das schaut aber gut aus. Finger weg, das, wenn die Frau Köhler sieht. Sie eilt davon. Ja, und? Also, ich würde es jetzt vorläufig erst einmal reservieren und dann aber doch nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ja, wie Sie wünschen, aber denken Sie dran, es kommt die Nacht, aus der man nicht mehr aufwacht. Ah, Frau Köhler, was haben Sie denn so bräsent? Der Thomas hat eine Magen-Darm-Kreppe und sich gerade übergeben. Wir brauchen dringend einen vierten Sagträger. Was, ich? Für den? Na, da bin ich raus. Er geht. Ja, das wäre für Sie die passende Gelegenheit, Verbundenheit zur katholischen Kirche zu demonstrieren. Ja, ich meine, wenn Sie schon planen, sich ja längerfristig niederzulassen. Ja, gut, aber eigentlich... Sehr schön, komm ins mit. So müssen wir noch das Scherket von Ihren Bauer anziehen, weil da eine Kirche geht zur Polizeijacke. Im Revier wankt Riedl in den Vorraum. Nein, Herr Güte, du siehst gar nicht gut aus. Ach, ich weiß. Oh Gott. Er ist aschfahl. Das ist alles, was ich jetzt auf die Schnelle finden konnte. Danke. Er nimmt den Stapel ausdrucken. Ich hab's gewusst. Was? Die Symptome, die deuten alle auf eine Vogelgrippe. Ich brauch ruhig genug. Riedl greift nach der Zeitung. Da steht nämlich der Arzt drin, bei dem die Freundin von der Freundin von meiner Nachbarin war. Der muss sich ja mit Vogelgrippe auskennen. Also, ich weiß nicht, ob du da einfach so hingehen solltest. Wieso? Na, wenn du Vogelgrippe hast, da musst du doch in Quarantäne. Quarantäne bringt doch nichts mehr. Wenn da mal so eine Pandemie ausgebrochen ist, dann ist die nicht mehr aufzumarten. Gebeugt rottet er hinaus. Sonja senkt den Blick. Mit leerem Tablett läuft Sabrina über den Friedhof. Der steht vor einem Grab. Hast du einen Harnsie gesehen? Seit zwei Stunden wartet er auf dem Deppen. Der ist in der Kirche. Was macht er da? Probst er für seine eigene Beerdigung. Ich sag nix. Sie hastet weiter. Das Portal öffnet sich. Hinter Pfarrer Hermann verlassen die Sargträger die Kirche. Auf dem weißen Sargdeckel prangt ein Gesteck roter Blumen. Ernst schreiten die vier Männer an Hubert vorbei. Staller trägt Bauers etwas zu enges schwarzes Jackett zum hellgelben Uniformhemd und der dunkelgrünen Polizeikrawatte. Kurz linnst er zu seinem Kollegen. Der sieht ihm ungläubig nach. Vor dem Friedhofstor wartet Hubert am Streifenwagen neben der Beifahrertür. Staller kommt. Sag mal, wo bleibst denn du? Wie schaust du überhaupt aus? Spielst du jetzt, unser Grab soll schöner werden, oder was? Ich weiß auch nicht, warum ich mich da zum Deppen mache. Bloß weil der Herr Bauer alles vollkotz. Das ist mir schon zu viel Information, Hans. Ist aber die Wahrheit. Was hafst du denn da nicht im Auto drin? Ja, weil du einen Schlüssel hast. Staller greift in die Innentasche des Jacketts. Was drockt denn der da in seiner Tasche, Spatze? Seine Zähne? Staller hält eine Goldkrone. Der bleiche Riedl starrt auf ein Regalbrett. Darauf stehen Gläser, in denen ein Skorpion, ein Frosch und ein Gehirn konserviert sind. Entschuldigen Sie, dass wir die Untersuchung hier gemacht haben, aber ich bin Labor- und Tropenmediziner und hier sind wir ziemlich sicher, dass sich keiner ansteckt hat. Riedl schaut durchs Regal zum Arzt. Wieso habe ich es? Nein, ich kann Sie beruhigen. Sie haben keine Vogelgrippe. Wie? Überhaupt keine? Nicht ein bisschen. Ja, aber ich habe doch die Symptome... Einer ordinären Grippe. Das hat sich bei unserer Patientin auch als Fehlalarm entguckt. Die Presse macht ja gern Panik. Aber hier in der Region haben Sie im Moment nur die Wahl zwischen Grippe und Magendarminfekt. Das geht beides um. So. Und das holen Sie sich jetzt in der Apotheke. Und dann sind Sie auch bald wieder auf dem Darm. Gute Besserung. Danke. Mit Rezept wendet sich Riedl zum Gehen. Und wenn es jetzt doch noch plötzlich ausbricht bei mir, die Vogelgrippe? Aktuell sind Sie relativ sicher. Im Streifenwagen. Du wirst jetzt nicht ernsthaft dem Thomas Bauer seine Kronen zurückbringen. Der andere Kerl. Der hat doch mit Sicherheit die Magenkrippe bloß vorgetäuscht. Der arbeitet sich schon nicht so ohne Zähne. Hm? Das ist mir ein ganz blödes Gefühl. Da war mal Schweinsachsen gegessen und plötzlich da in der Krust. Ja, das langt Hansi. Er zeigt auf den Gehweg. Was tut denn der Wiedl da? Der ist doch krank. Na, dann fahr lieber nicht so nah hin. Der Wagen hält neben dem Kollegen. Staller kurbelt die Seitenscheibe herunter. Was rennst denn du da krank in der Gegend umeinander? Ich war im Krankenhaus. Da hast du jetzt Vogelgrippe. Na, es ist doch bloß eine ganz normale Krippe. Ja, Gott sei Dank, weil der Hansi hat alle Friedhofsplätze überlegt. Äh, können Sie mich eventuell heimfahren? Beziehungsweise fahren auch schnell zur Apotheke. Was? So ein paar Zillenschleuder, da regnet man rücksetzen. Ja, aber wenn was passiert und wir lassen den stehen, dann ist sie unterlassene Hilfeleistung. Ja, jetzt steig rein. Na, das sind wir doch auch da schon. Na, halt da wenigstens das Taschentuch vor den Mund. Ich hab keine Lust, dass du da die ganzen paar Zillen im Alter verteilst. Gehorsam presst sich Riedl-Staller-Stoff-Taschentuch vor Mund und Nase. Die Ermittler betreten das Bestattungsinstitut. Das ist doch die Militär. Von der blöden Sänger, genau. Von dem Anruf. Beschuldigen Sie? Fischer eilt die Treppe hoch. Ich schaue an Sie also. Er trägt einen Einmal-Overall. Ich balsamiere gerade eine Leiche ein. Cool. Im Moment sterben Sie hier wie die Fliegen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Thomas Bauer, hat er sich krank gemeldet? Ja. Er grinst. Magen-Darm-Krippe. Ja, und sind Sie ganz sicher, dass er die auch wirklich hat? Was sollte er sonst haben? Ja, ja, Zahn-Probleme vielleicht. Meinen Sie wirklich, dass die dem Thomas Bauer gehören? Ist doch nicht. Ja, die jungen Leute tragen doch heute alle Plastik. Ich meine Kunststoff in den Zähnen. Ja, aber von wem sind die Zahn? Staller mustert die zwei Goldkronen in seiner Hand. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ja, ja, also in der Früh, als der Herr Stefan Bichler seine Beerdigung abgehalten hat, wir waren da im Laden, also so um halb elf. Grübelnd schaut Fischer zur Seite. Ich habe die Leiche vorbereitet. Die Bestatter haben Sie zum Friedhof gebracht. Dann war ich den ganzen Vormittag in einem Kundengespräch. Und als ich zurückkam, ja, da war der Thomas hier. Er hat ja was vergessen. Das muss ungefähr um diese Zeit gewesen sein. Gut, vielen Dank. Wiederschauen. Wiedersehen. Zum Bestatter sollte man vielleicht nicht auf Wiederschauen sein. Das ist doch gar nicht Sinn. Also für mich ist ganz klar der Thomas Bauer der einen Hüberanrufer. Aber wieso? Ich weiß nicht, weil er von sich selber ablenken wollte. Ich meine, es ist der ein Dreck am Stecken. Wann Sie, wem gehören diese Scheißkronen? Sie steigen ein. Fangen wir zu Anja. Auf der Rückbank starrt Riedl reglos vor sich hin. Sein Mund steht offen. Eine Krone liegt auf einem Objektträger. Anja betrachtet sie durchs Mikroskop. Interessant. Weißt du, was damit als letztes gegessen worden ist, oder was? Nein, das nicht. Aber ich sehe, dass die Kronen nicht von allein aus gefallen sind. Was heißt denn das? Da sind eindeutig Abdrücke einer Zange dran zu erkennen. Also gewaltsam aus dem Mundraum entfernt. Anja dreht sich um. Schaut so aus. Dann hat unser Orgel spielender Bestatter noch ein drittes Stammbeiner als Zahnarzt. Zu Anja. Sag mal, kannst du dich erinnern, hat der Bichler, also der Pfarrer, hat der solche Kronen drin gehabt? Ja, zwei, soweit ich weiß. Ich habe bei der Obduktion den Mundraum wegen dem Zirnkali untersucht. Aber da müssen ja das die sein. Das ist doch ekelhaft. Da holt der Bauer da den Leichen des Gold aus dem Maul und macht einen fetten Reibach. Das können wir ihm aber nicht nachweisen. Doch. Da holen wir jetzt die Leichen raus und schauen mal, was die noch im Mund haben. Erwartungsvoll schaut er Anja an. Die steht auf. Also ich mache ja vieles, aber das geht zu weit. Und ich sage es nur ungern, aber da muss ich ihr Recht geben. Der Streifenwagen fährt durch die sonnige Wolfrathshauser Innenstadt. Riedl hält sich wieder das Taschentuch vor das Gesicht. Wagen 3 für Zentrale. Nörd. Sonja, uns würde interessieren, wie das Konto von Thomas Bauer ausschaut. Okay, schauen wir nach. Danke. Stopp! Was spinnst du? Das ist Apotheke. Der Wagen stoppt vor der Schlossapotheke. Kindersicherung. Gibt es Rezepte? Wo ist der Konto? Riedl reicht es nach vorn. Beim Aussteigen schaut Hubert aufs Rezept, geht ein paar Schritte aufs Gebäude zu und macht abrupt Kehrt. Was ist denn jetzt? Einfach ins Krankenhaus. Aber da war ich doch schon. Da? Na boah, ein Tropenmedizindoktor Hartmut Bauer. Auf geht's. Hey, wo ist die Apotheke? Pass ihn doch vor den Mund. Die Polizisten linsen durchs Regal zum Arzt. Sind Sie zufällig verwandt mit einem? Thomas Bauer? Ja, Verstotter und Organist. Ja, das ist mein Neffe. Und wann der das letzte Mal da? Also ich meine, hier im Labor? Ist denn irgendwas passiert? Da antworten Sie einfach die Frage. Staller hebt kurz das Glas mit dem Hirn. War am Montag hier. Was hat er gewollt? Nichts Besonderes. Er hat mich besucht. Er hat früher hier mal gejobbt und jetzt kommt er immer mal wieder vorbei. Sie und Carly, haben Sie das vielleicht auch hier irgendwo umeinander stehen? Ja, hinten im Giftraum. Aber der ist natürlich immer verschlossen. Was ist denn los? Ja, sperr Sie bitte mal auf. Die Polizisten folgen Dr. Bauer. Der greift nach einem Schlüssel, der über einer Tür auf dem Gestänge eines Türschließers liegt. Super Versteck. Das kennen nur die ängeren Mitarbeiter. Er schließt die Tür auf, darin ein Schild Giftraum, betreten für Unbefugte verboten. Drinnen öffnet er ein Schränkchen mit Fläschchen und Tiegeln. Das gibt's da nicht. Im Streifenwagen. Können Sie mich einfach bitte bei irgendeiner Apotheke rauslassen? Gut, danke. Er lässt das Handy sinken. Der Thomas Bauer hat seit vier Jahren eine Ansparkonto mit 55.000 Euro drauf. Es gab immer wieder Bareinzahlungen so um die 1.000 Euro. Das war ein Gold, das ist ein sehr stabile Werner. Der Wagen stoppt neben einem Gartenzaun. Riedl öffnet die Funktür. Aber hier gibt's überhaupt keine Apotheken. Wir haben ja auch keinen Krankentransport. Das war eigentlich sehr kolank von uns. Darfst du doch? Voll drei wieder. Ah, ist ein Geschenk. Danke. Auf geht's. Benommen steht Riedl am Straßenrand. Im Kellerraum des Bestattungsinstituts polstert Fischer einen Sarg aus. Sagst du mal, die Leichen, wer richtet denn die bei Ihnen her? Nur ich. An die Leichen lasse ich keinen anderen ran. Ach, mit dem Herr Bauer? Nein. Er trägt seinen schwarzen Anzug. Herr Bauer ist zuständig für die Vorbereitung der Trauerfeier. Also, Sarg, Karten, Blumen und sowas. Und für den Ablauf während der Beirutung. Ach so, so Sarg tragen. Den Sarg in die Tapelle bringen, aufbahren, zum Grab tragen und das Grab ablassen. Wann ist denn bei Ihnen die nächste Beirutung? Morgen. Metzgermeister Aubinger. Herzinfarkt. Ja, Metzger. Cool ist der Ring, ey. Ich hab gemeint, auf dem Friedhof da ist gar keinen Platz mehr. Er kommt in ein altes Familiengrab. Und was kriegt der für einen Sarg? Lächelnd deutet Fischer... Den hier. ...auf einen braun glänzenden. Die fällt auch eine Variante. Ja. Dann nehm ich den auch. Wie? Sofort? Ja? Spielst du jetzt komplett los? Verschwörerisch schaut Staller ihn an. Ein Leichenwagen parkt vor der Kirche. Drinnen schleppen vier Männer, unter ihnen Thomas Bauer, den braunen Sarg durch den kurzen Mittelgang. Im Altarraum hieven sie ihn auf ein mit schwarzem Stoff verkleidetes Gestell. Die Männer gehen an den hellen Holzbänken vorbei hinaus. Im Altarraum spiegeln sich die weißen Wände auf dem hellbraun glänzenden Deckel, des geschlossenen Sargs. Bauer kommt zum offenen Portal zurück, sieht sich um und betritt die Kirche. Er schließt das Portal hinter sich, eilt zum Sarg und klappt ihn auf. Staller liegt darin. Lokativer Nippenschopf. Wie lange machen Sie das schon? Bauer hält eine Zange. Ich möchte bloß den Augen herrichten. Ja. Und nicht mal ein bisschen in der Karleiste rumverwirken. Er zeigt ihm eine Zahnkrone. Bauer knallt den Deckel zu und spurtet zum Portal. Staller klappt den Deckel auf. Draußen hetzt Bauer auf nassen Pflastersteinen an der Kirche entlang. Stürzt, kommt hoch und rennt weiter. Bauer fällt über ein gusseisernes Grabkreuz auf dem Weg. Was kommt's? Ja, nehmen wir es lieber als göttliche Fügung. Wir Zähne ziehen, das hat der da oben mit Sicherheit mitgekriegt. Das war das erste Mal bei dem Bichler, ich schwör's. Ihr konntet, sag was anderes. Schönen Gruß vom Onkel aus Zürich. Ich kann die Hedekern wieder. Der Bichler hat sich dabei erwischt bei ihr. Zahnklemmten rein, dann haben sie ihn umgebracht. Den Toten hat es mir nicht wehgetan. Er hält seinen Knöchel. Aber da wollte ich es meinem Chef erzählen, nach der Beerdigung. Und mich anzeigen, wegen Leichentwendung und Diebstahl. Ich hätte doch nirgendwo mehr einen Fuß in die Tür gekriegt. Ah ja, und da greift man natürlich gleich zum Tschernkali. Mit ihrem anonymen Anruf, da wollten sie den Mithuber hinhängen. Ja, weil der auch einen Hass auf dem Fahrer gehabt hat. Ist doch wahr, der wollte ihn auch am liebsten aus dem Weg gehen. Man hat aber nicht. Sie haben sich ganz allein bewerkstelligt. Ah, weil sie von ihrem Goldgräber auch wieder ablenken wollten. Isela Köhler kommt. Ist dir was passiert? Wo kommst du das Ave Maria proben? Also, der Gefangenenkorb von Nabucco wäre vielleicht gescheiter. Herr Staller, hätten Sie einen Moment? Mithuber steht zwischen Gräbern. Ähm, ich müsste mal kurz, ich bin gleich wieder da. Auf geht's. Energisch zieht Hubert Bauer hoch, dreht ihm den Arm auf den Rücken und führt ihn ab. So, Herr Staller, jetzt können Sie gleich mal Ihren künftigen Nachbarn kennenlernen. Dürrwitz taucht auf. Staller? Was? Sie kennen sich. Ich bin Polizeiräumt. Ähm, haben Sie schon einen Tatverdächtigen? Ja, haben wir gerade festgenommen. Sehr gut, sehr gut. Wurde auch Zeit, wurde auch Zeit. Ja. Äh, Entschuldigung. Er winkt Mithuber zu sich. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ein Untergebener als ewiger Nachbar, das geht gar nicht. Heißt das denn? Ich trete von meiner Reservierung zurück. Aber die... Danke. Äh, wir sehen uns auf dem Revier. Ich erwarte Ihren Bericht. Äh, Herr Mithuber, ich habe mir das Ganze jetzt doch nochmal anders überlegt. Ja, und wie? Ja, ich lasse mich jetzt lieber in alle Winde verstreuen. Hastig geht er davon. Aber das ist doch in Deutschland gar nicht erlaubt. Upsi. Wege meinem Albtrank. Am Streifenwagen. Das ist überhaupt kein Problem in so einem Sack. Den kriegst du kinderleicht wieder auf. Cool. Dann kannst du dich ja gleich wieder neilegen. Das war Hubert und Stallard. Die letzte Ruhe. Aus dem Jahr 2014. In weiteren Rollen. Paul Sedlmayr als Riedl. Annette Fleischer als Sonja. Hannes Ringelstätter als Yazid. Christian Höning als Fischer. Sabine Oberhorner als Gisela Köhler. Michael Kranz als Thomas Bauer. Drehbuch Antje Bär. Regie Wilhelm Engelhardt. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Heide Völz. Redaktion Elmar Dosch und Marion Hollerung. Tonmischung Herbert Glaser. Sprecher Florian Schwarz.